wie viel rum ja kann ich schon haben äh dann zahlst du nur äh 33.000 weil ähm Fat Carry Fisch du bekommst ja das ganze was du gemietet hast wieder zurück wirklich du musst in der Region stehen und da ist unterrent und dann bekommst du das wieder zurück aber darf ich noch einmal nimm es aus, ich bin dazu vermieten dran, steh, darf ich mir das noch einmal anschauen denn, weil ich ist ja keiner ja also dann musst du ihr 33.000 zahlen also an ihr, an ihr also an ihr das weiß ich hä was würdest du machen, wenn ich dir jetzt einen Grundgestein platziere überleg mal so, 33.000 warte noch 3.000 danach muss ich in die Region gehen und Slash-Ars anderen zu machen und was mit dem Perg und was mit der Perg und nicht mehr das gebe ich dir noch ja genau mal kurz, als äh als Hier, guck. Okay, gut. Darf ich? Ja, warte. An wen? Jetzt? Komm rein, komm rein. Komm rein, komm rein. Und mach hier. Mach die Tür zu und drop. Okay, warte. Ich geb hier. An mir, an mir, an mir. Ich hab sie, egal. Äh, die darf ich? Ja, so, ich hab's. Warte, ich hab noch was für euch. Was? Für euch zwei. Oh, danke. Warte, ich hab noch was für dich. Für euch beide. Hier und ihr. Ich hab's nicht aufgesammelt. Du hast zwei bekommen. Ja, ich hab zwei, du. Warte, wer kriegt Vogelpirk? Ich, ich. Wer ich? Du. Wie lang geht das? 15 Minuten. Okay. Ist ja auch okay. Warte, ich hab noch was. Noch was? Jo, komm mal her. Du hast ja keine Rechte. Danke. Er verfeilt sich das ganze Letzte. Also, war er? Halt ihn immer gerne. Halt ihn immer gerne. Warte, ich hab noch was. Ja. Wir machen. Wir machen. Was? Schade. Ich denke, ich bekomme noch einen Spawner. Das war das wenig Zweite, ja. Ey, komm mal. Warum hab ich auf einmal 50 K? Keine Ahnung. Ich. Nee, nur auf Minute 33. Ich. Das war's.